Seit zwei Wochen beginnt der Tag für Sarah Gola und ihre beiden Jungen Joshua und Samuel mit dem gleichen Ritual. Der Morgenkreis in der Jurte ist der Start in einen aufregenden Kindergartentag auf dem Bauernhof. Besonders die Schnecke Nanu ist den Kleinen ans Herz gewachsen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ah, da sitzt die Valerie. Hallo Valerie. Draußen geht's mit der Naturpädagogin zum Futterholen für die Ziegen. Die Kinder sind hier nicht nur den ganzen Tag an der frischen Luft, sie können bei allen anfallenden Arbeiten auch aktiv mitmachen. Dazu gehört zum Beispiel Haselzweige schneiden fürs Ziegenfutter. Auch die Meerschweinchen und Hasen müssen täglich gefüttert werden. Das Konzept aus Hautnahm, Naturerlebnis und Begegnung mit Tieren kommt bei den Eltern gut an. Ich wollte vor allem was für meine Jungs und dass sie mehr ausgelastet sind. Also es wird in vielen Kindergärten nur rausgegangen, wenn schönes Wetter ist. Oder ja, und ich schaffe es einfach, ich habe vier Kinder, ich schaffe es nicht zwei Stunden mittags mit denen, die auszulasten. Und hier können die sich einfach austoben. Den respektvollen Umgang mit Tieren lernen die Kinder hier besonders gut bei den Ziegen. Die Vierbeiner zeigen den Kindern schnell, wenn diese zu stürmisch oder zu laut sind, dann ziehen sie sich einfach in ihr Refugium zurück. Ich finde es sehr wichtig, dass die Kinder lernen, mit den Tieren gut umzugehen. Dass die lernen, sich um eine zu kümmern. Oder ich denke, von Natur aus haben die das sowieso, die Kinder, diese Freude daran, die Tiere zu futtern oder sich um die zu kümmern. Sie übernehmen sehr viel Verantwortung. Sie lernen schon sehr früh. Die Tiere sind auf uns angewiesen. Sie brauchen uns, damit wir sie versorgen. Und sie geben uns aber auch was zurück. Bauernhof-Kindergarten, das ist Lernen mit allen Sinnen. Und ein Sack Kartoffeln sind fünf Kilo. Woher stammen die Lebensmittel? Wie werden sie erzeugt? Was sind sie wert? Wichtige Fragen, die hier ganz spielerisch beantwortet werden. Ich habe aber Tomaten. Ich verkaufe Tomaten. Einmal in der Woche steht eine Wanderung zum benachbarten Milchbauer auf dem Programm. Hier gibt es die leckere Rohmilch frisch aus dem Milchautomat. Und dann dürfen die Kinder sogar noch das zehn Tage alte Blümchen streicheln. Ein erlebnisreicher Vormittag auf dem Bauernhof geht zu Ende. Jetzt haben sich die Kinder ein ausgiebiges Festspar verdient. Und sie freuen sich schon auf morgen, auf den nächsten Tag im Bauernhof-Kindergarten.